Servus heute, hier ist wieder euer Boompower und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Counter Strike Global Offensive, wie immer im normalen Spielmodus. Man nenne es auch Suchen und Zerstören oder wie auch immer. Ja. Ja, hier ist das war unten Szenario. Äh, ja. Geil. Cool. Ah, wir joinen dem Gewinnerteam. Gott, sind wir langweilig. Oh, jetzt ist es ausgeglichen gewesen. Das ist korrekt. Einer disconnected. Einer, die ganze Zeit schreien sie alle, B, B, B. Lol. Dann der Electric Hive. Na, das meine ich gerade nicht, da war gerade ein Echo. Oh. Der hat ja ein Aim wie ich gerade, ey. Ja, kann vorkommen. Toastbrot. Okay, der ist tot. Wir haben gewonnen. Wir haben so viel dazu beigetragen. Wir haben gewonnen. Wir haben so viel dazu beigetragen. Ja. Oh. Der Keller hat einfach eine Phönix-Kiste bekommen. Tja. Diese Ausgeglichenheit. Ja. Es ist mal wieder die selten Star-la-Maps. Ja. Es ist schlichtweg der Hammer. Wir könnten ja allein mal zur Abwechslung mal nach anderen Maps suchen, ob es sowas gibt. Aber da wird die Community nicht mitmachen. Na, du kannst auch auf Community-Servern spielen. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Keine Ahnung. Gehen wir... CT. Pam, 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 pam. Bin tot. 5-7. Jo. Boop. Man müsste mit Spawn-Pistler mit der 5-7 versuchen. So. So. Okay. Das war eng. Mit schönen Intervallen. Oh, fragt von hinten. Lol. Er kommt um die Ecke, drückt mir direkt zwei Headshots rein. Krass. Krass. Alter, ich habe ein Problem hier. Da bist du ja. Oh, Alter. Du hast gar keine Chance, ey. Wie viel waren denn da bitte? Viele. Ich glaube, das ist halbe Team. Wir waren irgendwie fünf Leute oder so. Ich finde es immer lustig, wie wenig eigentlich wirklich Cutters gehen. Dump, dum, dum, dum. Dump, dum, dum. Dump, dum. Nicht schon wieder so offensiv, Leute. Dump, dum, dum. Dump, dum. Alter, die stürmen schon wieder die Cutters, ey. Schlimm. Ne, ich gebe ihm 72. Komm schon. So. Machen wir es halt da so. Oh Gott, das war ein Teammate. Das ist ein Teammate. Das ist ein Teammate. Das ist richtig. Das Spiel ist tot. Ja. Ne, ich habe mir nur 5-7, äh, nur 4-2-50 geholt. So. Das war meiner. Man kann ja mal Kills abstauben. Gerade noch aufgeregt wie ein Toastbrot. Und jetzt? Jetzt läuft es ja wenigstens ein bisschen. Bei mir nicht so. Naja. Naja, 3-1. Gut, okay. Auf, A, oder? Tja. Sieht wohl so aus. Dann gehe ich mal A kurz mit dem anderen. Oh, Gott. Seit wann gehen denn der 2 hin, bitte? Die standen zu viert, A kurz. Sie standen zu dritt, A kurz und einer stand. Okay. Ja, und spätestens jetzt ist der letzte Tod. Ja, da wird das zweimal wieder seiner Rolle als absolute Terromap gerecht. Ich mache jetzt mal was, was ich sonst nie mache. Sofort eine AWP kaufen? Nee. SSG holen. SSG. Mal wieder nur. Drei Leute B. Cool. Oh. Alter, wie viel wollen die denn hier noch flashen? Bis alles ausgeflasht ist. Und noch viel mehr. Die sind jetzt schon auf A, ey. Und ich habe auch noch an ihm vorbeigeschossen. Es läuft bei mir gerade so gar nicht. Das Problem ist, jetzt ist es bei A geplantet. Aber ich kann da nicht wirklich hinrennen. Oh, boah! Wer hat der jetzt schon eine AWP, ey? Äh, es geht schon. Es geht schon. Ich hätte mir auch eine AWP holen können. Oh, höch nicht. Alter Schwede. Du musst nur erst in beiden Runden Pistol spielen, dann hast du für die dritte Runde genug Geld für eine AWP. Wieso hat der sie jetzt gerade umgebracht? Weiß ich nicht. Dann kaufe ich mir jetzt eine Diegel. Und mehr nicht. Man könnte... Egal, ich kaufe mir jetzt noch Granaten. Eine schöne Brandgranate. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und dann gehe ich A lang. Super, da ist ja noch keiner. Nee, gar keiner. So. Super. Einer bei uns ist anscheinend AFK. Das ist schon mal sehr geil. Den Vote kick ich gleich wieder. Ah, erst ist der AFK. Okay, das ist gut. Aber ich glaube, die kommen über A kurz. Ja, die kommen über A kurz. Das ist verreckt. Ja, genau. Aber du bist eigentlich nicht verreckt. Ich weiß es nicht, aber ich habe ihn mal den übelsten... Ah, da ist die Bombe. Ah, kurz ist Bombe. Weißt du, wie viele Headshots ich dem gegeben habe? Ich habe ihm einen gegeben. Mit der Diegel. Ich habe ihm mindestens mal einen mit der... Farmers gegeben. Ah ja, danke. Finde ich super. Sieht doch gut aus. Lol. Ey, ich hasse, ganz ehrlich, ich hasse manche Stellen. Du siehst die Gegner einfach nicht, aber sie können dich sehen. Oh fuck, oh fuck. Mann, jetzt habe ich... Ja, die kommen schon wieder zwei. Das ist so zum Kotzen. Leicht aufs Maul. Äh, leicht. Sag mir was, wenn du auf mich geachtet hast. Was hätte ich in dieser Situation besser machen können? Äh, ich habe dich gerade gesucht. Ach so, okay. Und als ich dich gefunden habe, hast du einen Headshot bekommen. Fick dich! Oh man! Aber ich habe zum Glück nur sieben Schaden bekommen. Oh. Fickt euch! Ha! What the fuck. Ja, ich habe ihn ja auch ordentlich angehittet vorher. Und jetzt habe ich noch einen Headshot verteilt. Jawoll! So, besten Dank. Auf Wiedersehen. Oh, oh! Oh man! Wieso... Ich hasse jetzt nicht in einem Team zu spielen. Wir müssen uns echt mal mit ein paar da zusammen hocken. Die Mitte war völlig frei. Wann renne ich raus? Äh, ey. Das gibt's doch nicht. Da kann ich ihm eigentlich bitte nur... 49 in drei Hits gehen, weil wir ja dreimal in den Fuß geschossen haben. Ja, läuft einfach heute. Es ging zwar quasi... Es ging zwar gar nicht von dem her, wie ich stand, aber ansonsten... Es steht schon wieder 4 zu 2. Äh... Ja. Belassen wir es beim 3 zu 1. Nein, 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 er ist tot. Ja. Ja. Ja, weil er sich auch noch dämlicher anstellt als ich. Ja. Und dann hat er auch noch Glück dabei. Ich habe mal richtig. Ja. Oh Gott! Oh Gott! Als ob ich es besser könnte, aber... Ich kann es nicht besser, aber trotzdem... Wenn man dazu guckt, denkt man sich auch nur... What the fuck? Ja, ich könnte heulen, wie es gerade läuft, äh... Ich hole mir jetzt wieder nur eine Diegel. Oh. Wenn man auf E drückt, läuft der Charakter irgendwie nicht. Auf G? Auf E. Achso, auf E. Ne, da guckt man das Messer an. Ich wurde mal wieder zum Handel eingeladen. Ja, ich guck direkt meine selbst geworfene Flash an. Fuck Logic. So. Mh. Mh. Da hat auch einer nur eine USPS. Na. Oh. Oh. Ja. Man sollte nicht unbedingt eine Flash angucken. Oh man, hier kommen schon wieder alle. Teammates rennen alle weg. Fickt euch. Ich brauche irgendeine Primär. Da liegt nix. Toll. Danke, Leute. Ja. Und ich auch gleich. Hey. Toll. Ich habe einen Hit gegeben. Was soll ich mehr machen? Cool. Der Kerl lädt mich zum Handeln ein. Ich nehme ihn an. Er bricht ihn ab und geht offline. Ja, warum auch nicht. So. Das läuft gerade einfach gar nicht. Hey, das könnte sogar mal tatsächlich ein Match für eine Folge werden. Wow. Zack. So wird das gemacht. Pusht mal wieder Katas vor. Ja, habt ihr recht. Mhm. Mhm. Alter. Könnt ihr mal bitte A beschützen ordentlich? Voll. Ich habe den Kerl nicht mal gesehen. Ich hasse das so krass. Ich sehe die Leute nicht, aber ich sterbe einfach. Einer ist glaube ich Hedger Drampel. Oh Mann. Jetzt kommt da gleich auch wieder einer raus. Weil der bei Katas mal wieder versagt hat. Weil ich weggegangen bin. Ey, ich könnte heulen. Ich habe 1 zu 7, ey. Ey, das steht gleich 7 zu 0. Aber ich habe keinen Bock jetzt Diffusion zu gehen. Weil ich das eh nicht schaffe. Ich habe keinen Bock auf mehr. So, jetzt gehe ich aggressiv vor. Komm, 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 komm. Da muss jetzt noch einer rauskommen. Fuck. Also zumindest bei mir wird das irgendwie gerade eine Folge zum in die Tonne treten. Leul, ich bin Bester von uns. Sag ich doch. Und ich mit meiner Leistung bin Bester. Ich, äh, fremdschäme mich für mich selbst. Fuck Logic. Ich glaube das ist nicht so gut, wie ich da gerade stehe. Aber hier ist so offensichtlich. Da stehe ich hier. Ist auch überhaupt nicht offensichtlicher hier. So, jetzt komm. Butt, butt, butt. Teammate, versag mal nicht bitte. Oh Gott. Steht keine A lang. Doch, stehen welche. Komm schon, ey. Das gibt's doch nicht. Ich könnte so kotzen gerade. Schieb's auf die Müdigkeit. Hey, ohne Scheiß, ich stehe 1 zu 8. Aber wenn's ne... Gibt's ne KT? Ja. Die geht in die Hose. Ja, aber bei diesem Match. Es läuft einfach gerade gar nicht. Ach, Leute, das ist doch einfach nur noch zum Heulen mit euch. Die Teammates verrecken wie Mücken. Oh nein. Ja. Ja. Oh Mann. Leck mich. Lol. Mann. Lol, dass dich der andere nicht getötet hat. Ja. Oh Mann. Na gut. Das ist tatsächlich mal... Ne voll geht's mir in die Runde treten. Ne voll geht's mir in die Runde treten. Genau. So ungefähr wird doch der Titel sein. Naja, egal. Bis zu... Hoffen wir mal, dass es nächste Runde besser wird. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.